Jetzt werde ich geflaggt Ahahahahaha Also ich verpasst schon wie auf Gomme wo die Ledges geflaggt werden und die Unledges nicht Irgendwie ist mein Anti Also irgendwie bin ich wieder aus dem Anti-Cheat raus So wie es aussieht Willkommen zu einer neuen Runde auf Timp und meinem Lieblingsserver Timp auf Wunsch von Nick ist es heute ein Quickie Richtig, ich habe mir ein Quickie gewünscht Ich hatte letztens Geburtstag Ja, dann habe ich meinen Quickie halt bekommen Nein, falsch, den bekommst du jetzt Achso, ok, den Quickie von Tim bekomme ich jetzt Wer mag nicht so einen Quickie Ähm, ja So, ich habe das zwar schon in der letzten Aufnahme gemacht Aber es ist tatsächlich, das ist mir mal aufgefallen Wenn wir auf IceMC mehr als ein Video am Tag aufnehmen Dann schneide ich immer die zweite Aufnahme zuerst und dann die erste Aufnahme nie eigentlich Stabil. Ja, die von eben werde ich aber trotzdem schneiden, weil Da ist eine Ziemi-Spiel-Runde dabei Also ich teaser mal so viel an Tim hat gegen den Admin reingecheatet und es endete mit einem Ender-Dragon Mehr sage ich aber nicht, das Video dazu kommt Das ist doch Standard Ich habe schon erwähnt, hatte was ich... Ach, komm, leck mich doch mal Achso, ob du davon gestorben bist Ja, keine Ahnung, ich glaube schon Ja, auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte Das habe ich zwar schon in der ersten Aufnahme gesagt Aber die kommt halt erst in 14 Jahren raus Hier, mach Kill Hour aus Und werde ich einfach nicht Das ist jetzt deine Challenge mich zu töten Tim, schau mal was ich in der Hand habe Weißt du, was ich nicht habe? Ey, da ist kein Pfeil Ja, aber ich habe mich trotzdem gekillt So, Leute, was ich sagen wollte Ich muss mich einfach mal beim Server-Netzwerk bedanken Bei icmc.net Ihr könnt euch bei icmc.net slash youtuber Für den Youtuber-Rang Oder ihr könnt einfach die Admin scannen Weil dann kriegt ihr auch Youtuber-Rang Und ihr könnt die Admin scannen Und bekommt für einen Tag Premium Und einen Anti-Cheat-Bypass Du hast nur einen Tag Premium? Ja, das ist voll die Verarsche Ja, auf jeden Fall, Leute, vielen Dank für den Youtuber-Rang Und jetzt geht's weiter in die nächste Runde Im Moment, wenn dein Mute-Button einfach kein Bock hat Perfektik, aber mein OBS hat sich gerade einfach spontan selber gemutet Leute, es würde mir auch einen riesen Gefallen tun Wenn ihr mich einfach abonnieren würdet Die Glocke aktivieren, um keine Videos mehr zu verpassen Mir auf Twitch folgen Und den Stuff auf euren Social Medias teilen würdet Teilt den Stuff einfach auf Twitter und so Mit euren Freunden Es würde mich sehr supporten Bye, have a great time Digga, erstmal runterlaufen Wtf, bei mir sieht das ja noch weirder aus Diese Bow-Animation Du musst dir vorstellen, Tim, bei mir fliegen die Ich sehe nur Partikel Die fliegen dann teilweise von mir links unten in der Kante Diagonal rechts nach oben Nice Johannes at Abbi2021 Die Konferenz von Info Hält morgen aus Das finde ich natürlich sehr schade Dass meine Info-Konferenz morgen ausfällt Weil der Typ ja auch absolut kein Hurensohn ist Hey, es gibt nicht nur Hurensohne, es gibt auch Hurensohne Denk an die Genderfizierung Also Leute, schreibt mir mal bitte in die Kommentare Ob ihr Schwestern seid oder ob ihr Schwesterninnen seid Und ob ihr auch schon wisst, dass die Erde flach ist Falsch, dass die Erde eine Scheide hat Und wir sagen Bye Bye Wie oft bist du diese Runde schon runtergelaufen, Tim? Ich dachte da hinten sind Blöcke, Junge Tja, falsch gedacht Ach, was kommt denn jetzt da rüber? Ja komm reicht, ich will keine Langweine machen Ich auch nicht Kannst du ja machen, was du am besten kannst und einfach runterlaufen Meinung? Ich feier's Tim, kannst du mal kurz in deine Base kommen? Aber das wäre ja langweilig Ja, passt das doch zu dir Das feier ich Arten, ich bleib in meiner Base stehen Ich glaub nur nicht Auf meiner Base landen, ansonsten bin ich tot Willst du's sehen? Du hättest mich töten müssen So Leute, ich hoffe das euch gefallen hat Wenn ja, dann zeigt es mir doch sehr gerne mit einem Like Einen netten Kommentar darüber würde ich mich riesig freuen Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt Aktiviert die Glocke, um kein Stuff zu verpassen Und folgt mir auf jeden Fall auch auf meinen anderen Socials Auf meinem Twitch, Twitter und Instagram Alle sind in der Beschreibung verlinkt Genauso wie die IP von dem Server Sofern ich dran denken sollte Also wahrscheinlich ist sie nicht verlinkt Wenn ja, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare Schaut auch bei ArcticBlaze vorbei Mein Partnernetzwerk, die sind auch in der Beschreibung verlinkt Zeig! Du hast vergessen den Server zu verlinkt Mach das mal noch Keine schlechte Idee Teilt das Video und meinen Kanal an sich generell Ihr sehr, sehr gerne auf euren Social Media Accounts Mit euren Freunden Es würde mich sehr, sehr supporten Ich hoffe das euch gefallen hat Nochmal danke an SMC für den YouTuber-Rang Tim, deine Meinung? Ähm, ja genau, nein, vielleicht und auch nicht Ja, da haben sie recht Gut, dann bis dahin Tschau Tim, deine Meinung? Guten Morgen Willst du noch was sagen? Ja Was denn? Computersack Nein Sollst du noch was? Nein Tim, willst du vielleicht noch was sagen? Ich heiß nicht Nick Du heißt auch nicht Nick Außer, dass du Nick heißt Aber du heißt nicht Nick, weil ich Nick heiße Deswegen heißt du Nick und ich heiße nicht Nick Arbeiten ist schöneres Arbeiten Aber Arbeiten ist Arbeiten 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 Ganz ehrlich, ich muss einfach sagen Schule ist entspannter als Schule Eins im Tag, wenn ihr einen guten Tag hattet Zwei im Tag, wenn ihr einen guten Tag hattet Zwei im Tag, wenn ihr einen guten Tag hattet Also Leute, ganz wichtig, schreibt mir mal einfach eins in die Kommentare für Mbappé Zwei in die Kommentare für Mbappé Oder drei für Tom Brady Oder eins, wenn ihr einen guten Tag hattet Und vier ist für Gronkh Fünf ist für LeVante David Ich könnte jetzt eigentlich das komplette Bugs und Patriots Roster durch Nein, das lassen wir All around me are familiar faces worn out Ja, kommentiert einfach mal wer euer Lieblingssportler ist Also ich Also ich Ich wüchse nicht auf Pornos Ich habe noch nie ein Pornos von ihr gesehen Ich wüchse nur per Gedanke Oh, das läuft Oh, das läuft